Grüß euch Leute und Servus! Servus! Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, wie ihr es gesehen habt, haben wir in einer vorigen Folge die Windmühle gebaut. Besser gesagt ich, weil wir ein kleines technisches Problem gehabt. Ja, und heute machen wir wieder weiter. Heute soll die fertiggestellt werden. Und der Philipp bekommt da dann später seine Felder. Die werden wir dann auch noch einzäunen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir machen da mal weiter. Was machen die Spinnen da schon wieder? So. Wie ihr es gesehen habt, haben wir in einer Folge zwar nur extrem nervig. in einer vorigen Folge das ganze Zeug da irgendwie... ...richtig zum Platzieren. Das ist... ...blöde Arbeit, sag ich mal. Aber wir werden es schon schaffen, oder Philipp? Wir werden es schaffen, ja. Die Tür mal schlafen, gell. Ja, ich bin da oben schnell den Zaun zum Feuer fertig bauen. Hoppala, jetzt sind wir nicht mehr eingespart. Ich bin da oben. Ah, da oben ist ja mal zur Zaun fertig. So, bin ich da jetzt? No. Hast du vielleicht noch ein paar Eisenbahnen? Ah, hab ich ja. Ah, wollt ja nicht, passt schon. Äh, da. Danke. Weil ich brauch jetzt. So. Ich baue jetzt da mal ganz schnell was Professorisches. So, da la. Ich baue jetzt. Das Skalett geht noch langsam auf den Ofen. Was? Das Skalett geht noch langsam auf den Ofen. Wo ist das? Ich bin unten bei deinem Garten schießt die ganze Zeit auf mich. So. 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 quasi. So. Einfach das, was da fehlen, noch ein bisschen auffällen bitte. Uppala, sorry. Ja, ja. Was ist denn, du? Das geht nicht dafür. Wasser. Du tust mir das Wasser, was dort hinten ist, ein bisschen runter. Du tust mir das ganze Wasser wieder reißen. So. Uppala! So, dann kannst du einmal tanzen, was du machst. Magst du drei Reihen haben oder zwei Reihen? Magst du nochmal eine Wasserreihe haben? Nein, das klingt schon. Dann kannst du hier eine Seite verwahrt und eine andere Seite für die Hinterseite noch. Das mache ich jetzt auch gleich diese Seite. Oops, das war ein bisschen zu viel. Hast du nichts noch? Ja. Okay. 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 So, ich habe es noch ein paar Minuten. Du musst da aber auch noch mal eine Reihe, Philipp. Was? Da kannst du es seitlich auch noch mal umsetzen, links und rechts. Na, ich hab mir so auch genug mit dem, was du da gemacht hast. Ja, und du siehst die Karotten alles umsetzen, oder? Ja, alles verschiedene, aber da ist jetzt alles gerade einmal wart. Meine Karotten habe ich nicht mehr so viel gehabt. Kann ich nur dabei. Du musst ja auch sparten, bis sie gewachsen sind. Ja, meine Karotten dabei. Auf der vorderen Seite, oder auf der Rückseite später, werde ich noch Zuckerrohr machen. Und später. Du musst auch die Arten darauf achstellen, dass sie ganz gut ist. Du musst auch die Arten darauf achnen, dass sie etwas überdelesst. Wurde die Artenaiehren sind. Und hier schnell. Bis zum nächsten Mal. Was ist das bei der Artenaie? Ja, ja, na ja, mal ein bisschen Wasser schleppen. So, bis jetzt glaube ich andere zu man setzen, oder? Was? Kubis. Und das hast du ja glaube ich auch noch zum Ansetzen. Ah, bohr, äh, huja, ja. Okay. 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 So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Und jetzt ist es wieder Tunk gegangen. So geht's nicht. Was? So geht's nicht. Du musst mit zwei Kabel in jeder Ecke Wasser rauffüllen. Ah, da hinten sind. Seitdem hat der Zombie ein Schwert. Jetzt kommt der Zombie rein mit Schwarzweg. Wie geschlafen. Es sind zu viele Zombies da. Bei dir zwar bekrämpft sind sie immer schön. Geht nicht die Monster nenne, ja. Gut, geht's. Jetzt bei dir. Bei mir geht's nicht. Bei mir geht's auch nicht. Bei mir geht's nicht. Bei mir geht's auch nicht. Jetzt geht's. Au! Du! Du hast ja nicht einmal schlafen. Ich hab's sowas gegessen. Ja, was ist jetzt? Ich geh mal im Bett. Ja. Keine Ahnung, was los ist. Ausgerechnet jetzt will ich nicht bauen. Es steht auf. Was ist denn hier? Jetzt geht's. Ja Leute, aber die Folge ist leider schon wieder vorbei. Wieder vorbei, schade. Vergeht aber sonst nicht. Wenn's euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Gibt es uns auch gerne abonnieren. Das hat uns sehr gefreut. Wir sagen, wir haben uns in der nächsten Folge dann. Servus. Servus. Servus.